Sicherer Bereich betreten. Agent, wir können diese Einrichtung nutzen, um die Verbindung zum Satellitennetzwerk der Division wiederherzustellen. Die Outcasts nutzen einen Sendemaß dem Lager an der Constitution, um ihre Propaganda zu verbreiten. Wir müssen ihnen den Saft abdrehen und das Equipment sinnvoller nutzen. Wirklich tolle Leistung, Agent. Steht es ziemlich gut um unsere Verteidigung. Für Stolz und Perfektion. Ich denke, jetzt repräsentiert es Amerika besser. Gern. Man, wie dieser. Man, wie dieser. Man, wie dieser. Ah! Unfair! Oh, man! Schnelles Verwundung entdeckt. 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 Ich schlafe gleich an. Feindliche Übertragung erkannt. Wir werden euch weiterjagen. Es wird keine Gnade geben, bevor auch der letzte von euch im Grab liegt. Alles von Einstürzungen. Komm! An alle Kinder, Mütter, Väter, Großeltern und Freunde. An alle Familien, an alle, die auf Roosevelt Island mit ihre behandelt wurden. Ich schwöre, dass die Outkarts auch den letzten derer verbrennen werden, die dafür verantwortlich waren. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Zugangsschlüssel entdeckt. Vorgang angehalten. Manuelle Kontrolle erforderlich. Eine Krankheit von der Front gesetzt. Wir 위해서 ihren Vater verlieben. Unter och med. Bine. Wir werden entfernen! Witchy. Wunderschöne. Wir werden entfernen! Wunderschöne. Wunderschöne. Manuell in Kontrolle erforderlich. Wenn wir jemanden bei den Hiener sehen, sind wir ohne Züttelgange. Keine Zeit zu tun. Wir müssen sich entscheiden. Und entscheiden wir nicht. Kommen Sie doch mal vorbei, Agent. Ein Projekt ist bereit zur Fertigstellung. Kommen Sie doch mal vorbei, Agent. Das Lager in der Constitution wurde überrannt und abgeriegelt. Dann machen wir es wohl auf die altmodische Tour. Wir machen eine Menge Krach und hoffen, dass Sie aufmachen. Wir machen eine Menge Krach. Wir machen eine Menge Krach. Wir müssen Sie irgendwie durch das Tor bringen. Vielleicht hat Isaac eine Idee. Sprengstoff erkannt. Sprengstoff erkannt. Sprengstoff erkannt. Sprengstoff erkannt. Sprengstoff erkannt. Sprengstoff Trat. Sprengstoff erkannt. Sprengstoff erkannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann schauen Sie mal, ob Sie jetzt einen schöneren Radiosender finden mit dem ZDF für funk, 2017 mit dem ZDF für funk, 2017 mit dem ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Ich bekomme kein Signal. Überprüfen Sie mal die Stromversorgung. Immer noch nichts. Vielleicht haben die einen Störsender. Ja, ich empfange den Sender laut und deutlich. Führt mir leid, Agent. Es ist noch nicht vorbei. Gegnerische Kräfte kommen auf die Tour. Halten Sie noch ein bisschen durch, Agent. Der Campus hat Verstärkung geschickt. Die Verstärkung ist gleich da, Agent. Die Verstärkung ist gleich da, Agent. Das war's für heute. 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 Ihr übernehmt. Okay, Leute. Sichert den Sendemast und bringt alles, was wir finden, und hittet den schön zum Campus. Wir sind mehr nützliche Sachen, als wir angenommen hatten. Sollte reichen, um eine Werkstatt einzurichten. Klingt, als kämen die alleine zurecht. Sollte reichen. Sollte reichen. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Elektronisches Gerät erkannt. Die letzten Agents wurden vertrieben, als die True Suns das Gebiet übernahmen. Sie können ihre Aufklärungsdaten verwenden, um die Sache zu richten. Alles klar, da haben Sie einiges vor. Seien Sie vorsichtig. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Gott, mir fehlt Junkfood. Sie sind hier langsam eine Art Berühmtheit. Sie sind hier langsam eine Art Berühmtheit. Es wird auf. Ja! Total! Ja! Ja, ja! Du. 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 Uh! Uh! Um! Oh! Du! Uh! 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 Das war's. Okay. 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 Übereinstimmung gefunden. Gegenstand entdeckt. Okay. 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 Die True Sons haben das Lincoln Memorial übernommen. Sie halten sich zurück und bedrohen den Campus nicht. Aber ich mache mir Sorgen, dass sie Zivilisten rekrutieren oder einen Angriff planen könnten. Wir schicken sie besser zurück ins Haus, bevor sie in direkter Nähe von Zivilisten einen Außenposten etablieren. Ich habe eine Einheit. Ich habe eine Einheit. Ich habe sie in der Krühe. Sie liegen fertig. Da ist ein Anfänger. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 zeig was du kannst 1 2 1 2 2 2 Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Nach allem, was du getan hast, lassen wir dir nicht entkommen. Sofortige medizinische Hilfe. Sofortige medizinische Hilfe. Sofortige medizinische Hilfe. Sie müssen das Memorial sichern und die True Suns ausschalten. Bleibt diese Außenposten bestehen, werden die True Suns zur Bedrohung für den Campus. Da oben ist eine Drohner! Viel hat's auf mich abgesehen! Auf ihn! Er ist tot! Was wurde ich uns gesagt, hm? Ich mach dich kalt! Im Memorial wurden weitere Gegner gesichtet. Sie bewegen sich Richtung Süden. Sie sind durch ein Tor von ihnen getrennt. Sieht geschlossen aus. Agent, Sie müssen dieses Tor irgendwie öffnen. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Feindringling! Gleich weg! Zu gehört? Los! Wings zu Ende! Warte auf! Geh mal! Ich bin hier ziel! Feind ist auf der Deckung! Mach dich straßen sauber! Los! Los! Stirb! Kannst du mir das sagen? Ach verdammt! Eröffne Feuer! Hand, Handhater! Geh die Kater! Hin und sterb! Schminder gefährlich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Elektronisches Gerät erkannt Schussplatten müssen repariert werden Untertitelung des ZDF, 2020 Alles sauber, wiederhole, das Memorial ist sauber Das können nicht alle sein Übernehmen Sie das Innere und Henrys Leute Kümmern sich um die Umgebung Untertitelung des ZDF, 2020 Sie nähern sich einem kleinen Museum Stellen Sie sicher, dass alles ruhig ist Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ist es so nah rangekommen? Du kommst hier nicht weg! Als Einheit vorrücken! Ja, bin kampfbereit! Ein von der Seite! Wie korrideit! Wie korrekt! Wie wichtig ist es? Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aktives Terminal erkannt. Perfekt. Synchronisieren Sie Ihr System mit Isaac und wir erfahren hoffentlich mehr über Ihre Pläne. Synchronisieren Sie Ihr System. Synchronisieren Sie Ihr System. Synchronisieren Sie Ihr System. Synchronisieren Sie Ihr System. So, bleiben Sie wachsam. Keine Ahnung, was Sie erwartet. Alpha! Charlie! Hey, ledig die Dreckschweine! Bravo! Der Rest der Nerzergranaten muss in die Tunnel! Ich lasse mich nicht umbringen, nur um Munition zu zählen. DC-62 erkannt. Achtung, Isaac hat chemische Munition erkannt. Die True Suns dürfen damit auf keinen Fall entkommen. Sie müssen irgendwie den Tunnel verschließen. Nutzloses Pack! Warum habt ihr es nicht abgeriegelt? Halten Sie sich auf dem Laufenden? Ich kann es nicht gefragt. Mein Vater war 75 in Saigon. Er hat davon erzählt. Der Anfang vom Ende. Aber niemand war bereit, es zuzugeben. Weil Sie nicht bereit sind, es durchzustehen. Dafür haben Sie ja uns. Aber jetzt war ich uns. Ich versch cutten. Es.. σ Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gute Arbeit. Gehen Sie wieder nach oben. Das Team vom Campus hat dem Memorial Stellung bezogen. Agent, hätten Sie sie nicht aufgehalten, hätten Sie diese Waffen gegen uns eingesetzt. Und uns wäre es wie dem Schlossergang. Ich bin sehr erleichtert, Sie auf unserer Seite zu wissen. Vielen Dank. Heute haben wir der Infrastruktur der True Sons einen Tiefschlag verpasst. Wir haben chemische Waffen konfisziert und ihre Festung in der Nähe des Campus ausgeschaltet. Seien Sie stolz. Sie haben viele Leben gerettet. Uns wurde bestätigt, dass sich der Chefstratege der Outcasts im Potomac Event Center befindet. Wenn wir ihn gefangen nehmen, können wir ihn dazu befragen, was Sie vorhaben. Kärzow wird für Ablenkung sorgen. Auf mir was! Das war's, oder? Je mehr wir töten, desto sicherer sind wir. Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Das, was du, was ich weh? Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! von Feinden bewachter Ortegatt Agent, die zivile Miliz kämpft im Gewächshaus an der Constitution Avenue gegen Outkast. Es sieht nicht gut aus. Sehen Sie mal nach, Agent. Es klingt, als bräuchten Sie unsere Hilfe. Die Division leistet gute Arbeit. Danke. Hier gibt's nicht viel, aber etwas davon könnte hilfreich sein. Ich gleiche die Daten mit dem ab, was wir rausgefunden haben. Tragbares Gerät erkannt. Uns wurde bestätigt, dass sich der Chefstratege der Outkasts im Potomac Event Center befindet. Wenn wir ihn gefangen nehmen, können wir ihn dazu befragen, was Sie vorhaben. Kelso wird für Ablenkung sorgen. Schnappen Sie sich das Ziel. Sie müssen die Fluchtwege abschneiden und den Typen in die Enge treiben, bevor Sie ihn verhaften können. Ich langweile mich zu Tode. Das ist echt übel! Achtung! Und eine, Drecksau! Na, wie ist das? Komm schon raus! Hände nach oben! Mit dieser Scheiß-Kröse! Dank dir! Dank dir! Dank dir! Dank dir! Dann schieß doch! Die Drohne folgt mir! Dank dir! Dank dir! Dank dir! Outcasts halten im Innenhof eines Wohnhauses eine Zivilistin gefangen. Ihr Stichwort, Agent. Sichern Sie das Gebiet und befreien Sie die Geisel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie müssen uns den Strategen der Outcasts bringen. Ich beziehe Stellung am Haupteingang. Agency geht zum nordöstlichen Tor. Wenn das nordöstliche Tor und der Haupteingang dicht sind, kann er nicht raus, ohne einem unserer Teams zu begegnen. Was zum Geier! Bleib hier! Ich gehe nachsehen! Ich bin drin. Der Haupteingang ist sauber. Ich bin drin. Ich bin drin. Agent, Sie müssen den Hauptfluchtweg abschneiden. Eliminieren Sie die Boote, die südwestlich Ihrer Position anlegen. Ich behalte den Haupteingang im Auge und sorge dafür, dass er nicht wieder reinkommt. Das ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zumindest wissen wir jetzt, dass der Stratege zu Hause ist Echo in der Nähe entdeckt Wer bist du? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sehe weh! Aha! Das wird hier und heute aus! Ich sehe weh! 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 Das sind jede Menge Feindziele an der Anlegestelle. Die sichern die Boote. Die warten wohl auf den Befehl zum Ablegen. Wenn der Stratege auf eines dieser Boote kommt, erwischen wir ihn nicht mehr. Machen Sie weiter. Sie sind fast da. Spüren wir den Eindringling auf. Ran an den Speck! Gut. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Irgendwer sollte uns besser was zu essen bringen. Spüren wir den Eindringling. Spüren wir den Eindringling. Spüren wir den Eindringling. Wer hat's erwischt? 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 Ja! Oh! Mist! Die greifen von allen Seiten an! Ich kann nicht! Agent auf Boden! Calzo? Calzo! Agent Calzo antwortet nicht mehr! Wird mir zu heiß! Nimm das! Verflucht, Calzo! Okay, leichte Planänderung. Die Boote sind Geschichte, also sollte das Ziel noch immer drin sein. Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht an uns vorbeikommt. Elektronisches Gerät erkannt! Wo bringt ihr sie hin? Sie kommt in Quarantäne nach Roosevelt Island. Aber sie ist nicht krank! Sie zeigt Erkrankungssymptome, Sir. Dann sollten wir alle dahin! Mom! Mom! Nein, keine Angst, Amy! Daddy kümmert sich um dich! Zurück, Sir! Sie sind nicht infiziert! Aber das geht doch nicht! Wir haben Rechte! Zurück, hab ich gesagt! Oder was, Arschloch! Erschießt du mich dann? Jim! Nicht! Hör auf deine Frau, Mann! Keine Dummheiten! Du Schwein! Komm, Amy! Wir werden Mami bald wiedersehen! Tragbares elektronisches Gerät! Was sollen wir mit ihm machen? Wir können ihn nicht gehen lassen! Die Leute wollen Rache! Er ist von der JTF! Ich weiß! Wir müssen ein Exempel statuieren! Öffentlich! Sie meinen, ich muss? Ja! Sie müssen das tun! Ob Sie wollen oder nicht, die Leute schauen zu Ihnen auf! Also müssen Sie sie auch führen! Sie bekommen meine Show, die Sie nicht vergessen werden! Ah! Ah! Ha! Perfekt! Die Vorherseber! Legt alle um und werft sie in die Feiergrube! Das war's für heute. 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 Sie haben recht. Sie haben recht. Wir müssen Monster sein. Nur so werden wir Gerechtigkeit schaffen können. Das war's für heute. Hat er einen erwischt! Mich hintergeist du nicht. Das war's für heute. 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 Das ist mich. timberl Kalau bekommt eine solche. Das doit du echt nicht wieder einfach so rumsetzen musst du kannst um mich umzubringen? Be. Jetzt bist du genau da wo ich dich haben will nicht kommen können. Was ist das? Dafür werdet ihr Blut! Vielleicht brennst du! Jetzt legst du dich mit uns an und dann versteckst du dich! Von dir laufe ich nicht! Vergiss dich, Gott! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Du bist in Ord! Was? Ich verschte, du dürtest zu lange sein. Guck dir gelitten an! Feuer entdeckt. Es kommen immer neue Opfer. Schick sie in die Hölle. Deine Sinten holen dich ein. Jetzt hau schon ab. Jawohl. Ja, 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 ja. Dann sehen Sie das von dir. Sieh dich an, im Alter der Avokats. Du hättest dich für was Messeres und meinst, du könntest uns einfach töten. Jetzt dürfen wir die Macht überleben und los. Wir dürfen sie einschätzen. Mach den fertig. Du bist tot. Feindgeschützt. Sicher. Der nächste geht in den Kopf. Die will mich. Oh, scheiße. Ach nein. Die will. Die will. Die will. Die will. Die will. Trink mir Schmerz! Sie wollen uns umlegen! Das! Geh bloß weg von mir! Geh bloß weg von mir! Geh bloß weg von mir! Ich suche alles, was Sie wollen! Ich erzähle euch alles! Okay, beruhigen Sie sich! Machen Sie sich nicht so stark! Gut, wir warten! Das war gute Arbeit, eh! Sie sind stolz auf die Seite! Nur gemeinsam kommt wieder bei der Schatten! Jetzt haben wir den Strategen und sämtliche Pläne der Outcast sind vereitelt! Nicht nur die militärischen! Ich bin mir sicher, dass Kelso ihn im Handumdrehen zum Reden bringt! Falls Sie mehr über die Outcast wissen wollen, habe ich hier was, das Sie sich ansehen sollten! Alles klar? Bist du bereit? Okay, Mann! Emmeline wird von deinem Mutter fahren! Werden sie alle! Vergesst mich nicht! Niemals, Bruder! Haltet ihn auf! Ich bin nicht auf! Das war es immer. Ich bin nicht auf! In der Zwischen宣al ist auch die Oberfläche. Ich bin nur den Schicksal. Und gerne mal! Ich bin nicht auf! Ich bin immer genau! Ich bin immer bereit! Ich bin lange da! Ich bin immer gerade. So trás, die Blut freust. Ich bin sehr künftiger. Ich bin immer wieder. Ich bin immer noch im Handumdrehen. Das war ganz! Es ist ein Ger 기본. Ich bin immer noch besser! Neubere, vielleicht würde dich. Ich bin fast, Hi, ich bin Emma. Ich soll Ihnen in der Operationsbasis beim Kalibrieren und Feintunen der Ausrüstung helfen. Schön, mit Ihnen zu arbeiten. Tschüss. Elektronisches Gerät erkannt. Äh, Bohnen, Gurken, Paprika, Tomaten, Mais. Haben wir Platz für Mais? Ein paar Reihen sind kein Problem und Mais ist gut als Begleitpflanzung geeignet. Das vertraue ich dir mal. Was noch? Zucchini. Im Prinzip jede Art von Kürbis, für die wir Samen haben. Ist Kürbis kein Wintergemüse? Der Unterschied zwischen Sommer- und Winterkürbis liegt nur darin, wie reif der Kürbis bei der Ernte ist. Man lernt einfach nicht aus. Oh, vergiss die Melonen nicht. Wie könnte ich die vergessen? Nachschublieferung erkannt. Agent, die Outcasts haben irgendwas im Auffanglager am Potomac vor. Und zwar nichts Gutes. Ich war auf der Suche nach ein paar Sachen. Und als ich über den Zaun schaute, sah ich, wie sie Blutbeutel in Kisten leerten. Gott weiß, was sie planen. Vielleicht sollten sie mal nachsehen. Oh, vergiss die Blutbeutel in Kisten. Wir arbeiten stetig an der Verbesserung unserer Klinik. Und wir können stolz darauf sein. Ah, fuck. Warum müssen Kugeln so verdammt wehtun? Schon gehört? Das Lager an der Constitution wurde überrannt. Einige der Ärzte dort wollten es als Klinik nutzen. Nachschublieferung in der Nähe. Die anderen wollten ihr Glück in der Kanalisation versuchen. Ich mach mir Sorgen um sie. Sie sollten hier sein, nicht in so einem schmutzigen Rattenloch. Würden sie nach Matty Tran Ausschau halten? Sie führte die Gruppe an. Hey, Agent. Uns gehen gerade eine Menge Dinge aus. Können Sie uns helfen? Das ist ein Schmutz. Okay. Nachschublieferung erkannt. Mit dieser Ausstattung können wir unsere Bauvorhaben deutlich schneller umsetzen. Danke für den Fund, Agent. Willkommen, Agent. Ein gutes Geschäft. Verbündeter Nachschubkonvoi erkannt. Hey, Agent. Hier gibt es ein Projekt, das fertiggestellt werden kann. Wann immer Sie Zeit haben. Kommen Sie und sehen Sie sich um. Ich hatte Schimpfer für Sie. Schön mit Ihnen. Hey, Agent. Hier wartet ein Projekt auf die Fertigstellung. Hey, Agent. Mensch. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020